Herzlich willkommen zu den Update News im Juli. Ja, das ist schon das zweite Video, diesmal auch wirklich neue News. Und ja, wer hätte das gedacht? Ich finde es so geil, endlich mal wieder Updates für uns, für uns kleiner, kleiner Handels, die dies noch nicht mitbekommen haben. Wir bekommen einmal hier die neue Funktion zu sehen, wie es bei den Leuten an der Spitze sozusagen aussieht. An der Spitze der Clan Leaderboards, da sehen wir also, wie viele Kämpfe sie gewonnen haben und wie oft sie sich erfolgreich verteidigt haben. Außerdem, was ich interessant finde, was man hier, wenn man jetzt mal ganz kurz auf das Bild sonst eingeht, erkennen kann. Hier ist ein Spieler namens John A. Mann mit Level 200. Ich weiß nicht, was bisher das Max-Level war, aber 200 habe ich bisher noch nie gesehen. Das werden wahrscheinlich keine echten Charaktere sein, eventuell eher fiktiv. Und außerdem kann man auch erkennen, dass er 5.111 Pokale hat. Und da wir wissen, dass die maximale Pokalgrenze bei 4.200 noch was, ich weiß jetzt nicht so genau, wie viel, aber bei 4.200 und ein paar Zerquetsche liegt, ist das doch auch ein ganz interessanter Fakt, was wir da jetzt alles noch sehen konnten. Oder mehrere Fakten, um grammatikalisch gleich richtig zu bleiben. So, und hier können wir weiterhin erkennen, wir haben noch eine wirklich geile, klasse andere Funktion bekommen. Und zwar die Funktion Share Replay. So, inwiefern, inwieweit das möglich sein wird, mit Freunden und Clan-Mitgliedern eben gerade diesen letzten Angriff oder die letzten paar Angriffe, ich denke mal, das wird genauso sein wie mit dem Wiederholungssnopf. Das wird nicht dauerhaft verfügbar sein, sondern eben nur einen gewissen Zeitraum. Und ja, ich finde das sehr interessant, wie und in welcher Form wir eben diese Attacks oder Angriffe, und ich weiß auch nicht, ob wir auch, ich denke mal, dass wir die Verteidigung, ja, steht ja auch da, das ist natürlich, deswegen habe ich das ja rot unterstrichen, dass wir die Verteidigung auch mitfilmen können, nicht mitfilmen, sondern teilen können mit unseren Clan-Mitgliedern. Dazu lese ich euch jetzt einfach mal nochmal den Post vor, den sie bei Facebook zu dem Foto gepostet haben. Want to discuss the finer points of Clash-Strategie? Das heißt, wollt ihr die wichtigen Punkte eurer Clash, also Clash of Clans-Strategie diskutieren? Now you can do so with visual aid. Also das mit Aid heißt Erste-Hilfe sozusagen, also First Aid. Ja, ich muss das jetzt ja nicht übersetzen, ich meine, die meisten von euch werden das verstehen. Share your attack and defense replays with your Clan-Mates. What do you think of this upcoming feature? Also die Frage ist, kann man das jetzt mit Facebook, Twitter teilen? Ich glaube leider nicht, ich fände es ziemlich fett, weil dann könntet ihr mir endlich richtig massenhaft Angriffe schicken und ich könnte mir, ach, das wäre so herrlich. Naja, vielleicht kommt diese Funktion noch irgendwann. Leider sieht es momentan nicht danach aus. Außerdem sind hier noch so ein paar Sachen auf Twitter, die ich hier gerne vorlesen möchte. Also hier steht ja einmal das, was ich gerade schon vorgelesen habe und dann hat jemand dazu geschrieben, cool story bro. When do the real update come? Like defense and troop upgrades. Troop upgrades. Das war gestern Abend, also das war jetzt vor 10 Stunden ungefähr. Und darauf kam von Clash of Clans offiziell nur zurück, hmm, maybe tomorrow. Also das heißt, bekommen wir vielleicht noch andere Sachen? Bekommen wir noch mehr? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, es hört sich ein bisschen danach an. So, hier sehen wir, was Chief Pat, also von Play Clash of Clans, posted. But seriously, I'm hoping at the Clash of Clans, das heißt an die offiziellen Clash of Clans Twitter-Seite, Listened to their fans and on this update, give us what we want, even if it isn't a review booster, meine Güte. Und darauf haben sie geantwortet, Chief Pat, this update is a small one prepared pre-vocation. Next week the Clash team will be back at it working on amazing new stuff. Ja, das heißt einfach nur, das Update, was jetzt rauskommt, ist quasi schon fertig und wird jetzt halt erst released. Und wie ich mir das schon gedacht habe, die, ich weiß nicht, ob nur das Team für die Updates auf jeden Fall ein Teil des Supercell-Teams für Clash of Clans war. In der Sommerpause konnte man sich ja schon fast denken. Und ja, wie es aussieht, arbeiten sie wieder an klasse Sachen. Ab nächste Woche geht bei denen dann die Arbeit weiter. Ich bin sehr gespannt. Und naja, von Chief Pat kam dann hier noch zurück, Awesome, I can tell, awesome, meine Güte. I can tell this one is going to be a good one. Can't wait to do a video on it. Ja, genau, das tue ich doch gerade. Ja, und ich habe noch was Wunderschönes gefunden. Ich weiß nicht, wo, irgendwo in der Unweiten von Twitter, die Unweiten von Twitter, da habe ich ein UFO entdeckt, am Himmel flog es. Nein, auf jeden Fall, was haltet ihr denn davon? Ein UFO Level 1, ich finde es ja ziemlich fett, sieht irgendwie auch ganz lustig aus, ist natürlich nicht echt. Aber jetzt, wenn wir schon beim Thema sind, ja, ich weiß, ich bin der Meister der Überleitung, was haltet ihr von diesen neuen Update-Leaks? Zum einen mal, was haltet ihr von dem UFO? Fändet ihr sowas wirklich gut? Oder fändet ihr das einfach zu blöd, zu kindisch, was weiß ich? Schreibt mir das auf jeden Fall unten rein, interessiert mir eure Meinung, wie immer. Und außerdem, ja, das Fragezeichen steht jetzt so ein bisschen dafür, gut, schlecht, wollt ihr mehr haben, wollt ihr neue Truppen haben? Also ich bin eigentlich satt. Das Update finde ich perfekt. Das sind Sachen für uns alle. Ich finde die Statistiken cool. Wir können endlich sehen, wie in den gesamten Leaderboards, wie das aussieht, so rund um dich herum. Vielleicht sieht man es ja sogar auch im Clan. Und das finde ich auf jeden Fall cool. Und dann diese Replay-Funktion. Ich bin sehr gespannt, inwieweit das funktionieren wird. Und ja, haut mir doch dazu einfach mal eure Meinung unten rein. Das interessiert mich auf jeden Fall, was ihr dazu sagt. Und ansonsten ist natürlich ganz klar, ein bisschen Werbung in eigener Sache muss sein. Wenn ihr Lust habt, mir auf Twitter zu folgen, da probiere ich immer so schnell wie möglich so ein paar Update-Infos rauszuhauen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Sobald ich mehr weiß, mache ich das nächste Video. Und bis dahin, macht's gut!